Herr Dems, Hilfe! Nimm sie sofort die Waffe von meinem Kollegen weg! 10-20 Sägewerk! Freie Einheiten anrücken. Was ist das? Für mich, für mich! Wo ist der Scheiß? Kollegen! Schadiz! Schadiz! 28 meldet sich zum Dienst. Check, kurz oben warten. Wir haben einen Satz. Warum haben wir den Kollegen? Nein! Wir werden angeschossen. Nein! Gummigummi, Gummigummi! Ja, wir haben sieben Kilometer vor uns. Herr Schepper, wir haben einen großen Einsatz. Kollegen wurden angeschossen. 10-20 wurde durchgefuckt. Oh, oh! Jetzt aber schnell! Haben wir schon... Haben wir gesagt, wir sind unterwegs? Nee! Äh... I-70, Code-3, zu Schießerad. Punkt durch! 32-21, 82, Code-3, zum Sägewerk. Unterstützen. 2-22, 26, 39, Anfahrt, Sägewerk, Code-3. Adams, Herr Kempe, wie sieht's aus bei Ihnen? Gib Gummimmi! Haft mal schneller, Mohamed! Ist ragsam! Äh... Wie hältst du? Komm her, werde ich vor der Mele bei mir schneller! Äh... Ich bin 28. Schneller! 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 Anschneiden bitte! Ich bin angeschnallt. Gummimmi! Wie gesagt, wenn die Quali heute ein bisschen schlechter ist, wie gesagt, ich hab den Upload ein bisschen reduziert, dadurch, dass Kabel wieder spinnt, hab ich schon ein bisschen gedrosselt, äh... damit wir ein flüssiges Bild haben. Nur damit jeder Bescheid wirst. Ich lass jetzt auch provokant die Cam aus, weil die Cam halt noch mehr zieht denn... Fahr durch den Tunnel durch! Fahr durch den Tunnel durch! Fahr durch den Tunnel durch! Weißt du den Weg? Ne! Ah, Mann, ey, ihr seid echt alle... Na, 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 na! Ruf Mohamed! Herr Mohamed! Also, Herr Schepardt nicht! Hier links! Für Sie, Herr Mohamed! Und aus für dem... Hier hoch, hier hoch! Links hoch, hier links hoch! Links hoch! Hoch! Durch den Zugtunnel meinst du? Ja, ja! Ne, ich funke schnell durch, dass die den Zug... Rechts! Rechts lang! Sag das doch! Was ist Stratus? Durch! Schnell! Nimm wir die schwere Pistole raus oder Taser? Oh, Mann! Ruf Mohamed! 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 in welche richtung sind sie sehen und orange twitch dankeschön für die wann dass diese batemotorräder kommen sehr wahrscheinlich einfach hier ganz schön trotzdem zu kommen ja aufgrund der sache würde ich dann aber mit der 69 den gtr auspacken jetzt wirklich die motorräder sind dass wir ansatzweise dranbleiben kommen ich tazer die aber von ihrem hoppels hört ihr die sirene ja die 96 für die leidige stelle frage mal kurz welche einheit hätte noch einen platz und könnte noch ein rekruten mitnehmen 38 hätte noch genau ein platz dann wären wir zu